ähm ähm wir werden anvisiert komm auf komm mach auf fuck friss das wer kommt hier komm 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 ahhh er hat keine Muni mehr scheiße ahhh wegroll 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 ahhh 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 ich sollte nachladen ich hab doch nicht mehr ähh du äh ich hab auch kein Medi-Back mehr ähm warte mal ähm warte mal ähm äh hallo ähm ähm falsche Taste jawoll ich mach nix das schaut nur so aus ahhh ja haben wir beide baby so läuft das haben wir keine Munition mehr erstmal umgucken einsammeln alter da oben müsst ihr irgendwo wieder nach oben stehen so okay hier steht keiner gibt es hier was heraus wollten sie mich ja wie viel munition alter wie geil können wir mal wieder die ganze scheiße nach laden ich bin das so knacke geil moment warte mal da ist so ein räumle ist ein räumler was ist hier nichts hier haben sie sich versteckt die schweine verstehe das sind selbstattentäter wo bist du denn alter kann man ein bisschen brauchst du medipack habe ich nicht da kommen wir jetzt medipack habt ihr euch das gibt es mir noch schön ist was wir auch noch mal lassen wir eben kleines medipack schmeißen wo bist du medipack schmeißen zack hier ja erst mal rein schmeißen verstehst du in der energy drink so erst mal hier unten umgucken was haben wir denn hier schönes nix hier liegt nichts rum alles klar nö so warte mal erst mal nachladen hier dann komm hoch mein lieber wo ist er denn hier ist eine treppe man die habe ich gar nicht erst gesehen ey lass mal gucken wo die ist bist du noch gar nicht erhoben oder wie ich komme jetzt gerade erst immer mit der ruhe da vorne liegt auch noch eins am tisch doppeltes mit öffnen spinne ach so ja alles klar weiß bescheid oh da ist ein medipack drin und hier oh und muni ok ich bin eigentlich ziemlich gut ausgerüstet wir könnten weiter gibt es hier sonst verwarten hier gibt es eine werkbank aber noch benutzen wie es ausschaut drücke c stase niedrig ist ja ja alles klar ja wo steckst du komm ich ach du musst auch ja warte auf ups den hab ich aber den hast du nicht den hatte ich ja den oberst du den hier unten hatte ich alles gut läuft ne wir sind gut alter ok so auf geht's was haben wir denn hier hast du mir was liegen lassen für mir die pecken kleines sehr geil so warte mal wo geht's denn lang wo lass mal umgucken hier warte mal da lang ok ich geh jetzt erstmal rechts hier wow den hat's zerfetzt den hat's zerfetzt ok warte mal c war doch stase warte ich drück das mal ein visier ok alles klar ich hab's geil läuft da stand drauf und die stoppte für niemand ja jetzt isaac stoppt alles alter hehehe ok wir haben jetzt ruhig jetzt kann ich mal stasen wieder voll machen so gibst dir sonst irgendwas nö schade retter mal hoch mein lieber ja bin jetzt schon unterwegs warte warte äh du hast jetzt Freunde da oben äh joss lass mich mal hoch achso hier unten hab ich auch ein paar Freunde alles klar okay Freund hat mich beinahe getötet ey okay aber ich schau mal was der fallen gelassen hat ja S so das heißt wie man mit der S-Taste wenn du den Teppel runter willst drückst du S-Taste so mal gucken was die für mich haben ich kann mal einsammeln hier ich krieg da bestimmt auch noch was was haben wir denn da was war das kleines Medipack ja bei mir war ein kleines Medipack und hier auch alles klar super Sache ey bin ich schon mal richtig sexy so wir sind da hoch jetzt hier okay Leiter ist frei Sacki ey geil okay warte da komm ich jetzt auch mal hin ey ja guck mal auf da ein Staste back unten irgendwas war da noch ja genau Staste hab ich hier okay Munition und Munition super Sache da unten kommen noch ein paar Leute überhört okay ah komm Stress hab ich ihn? ich weiß nicht guck mal jetzt hab ich ihn guck er mal ich hab dich gehelftet alter ja du gehelftet hast du ihn? ja warte so ich komm mal runter dann kann ich auch mit einsammeln wieder ich sag mal meine netten was die uns geben oh ich wollte ihn wegstampfen drehen 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 kann man den eigentlich noch das körper der abend trennt? einfach draufstampfen dann funktioniert der hat kein wein mehr der hat auch kein wein mehr und der hat auch keine so das gab noch mal mitipack komm lass es abbauen lass weiter hier na guck er mal da hat keine Glieder mehr naja du bist doch echter Hansebanger alter so ruf da so ja dann lass uns mal weiter stampfen warte dann lass uns mal gucken ob ich die Arm und Knarre aufladen muss 10 Schuss mehr geht nicht ok die hat 75 hm topfloser Nick hm das ist das kommen sie wir müssen aufs Dach wenn du sagst wir müssen aufs Dach dann gehen wir aufs Dach hm 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 da sind wir raus uh was ist noch nie passiert bei der werden wir ja ja Brüder und Schwestern wenn wir mal umgucken hier geh links und du gehst rechts alter wir sind zu viel gehst du links gehst du links ok dann geh ich jetzt rechts und du links mir auch egal die unternehmen die unternehmen denen wir eins mit unser Geld anvertrauen norden das ist nicht nur eine menschenlager sondern eine systematische Metzelei ist mir das auch aufgefallen aber warum die Regierung stürzen warum ÖBGAR ohje ok ok Munition Munition hier hast du einen ausgelassen Munition haben wir ausgelassen? ja hier vorne ist noch so eine Kiste die da aufzumachen war ok die hier links na schau mal die da ihm fällt kein Kupfer ab hier ist da hast du da geguckt guck mal da da steckt ein Meister drin da das haben wir na mach mal mit mach mal mit mach mal mit Aufzug alter da hier mal einen Schluck Cappuccino sauch ok gehma mal runter würde ich sagen Prost Prost? du saufst schon wieder? alter ja Cappuccino Ding ach so Kapu du du haha ey was gibt's denn hier für Wärmung? äh dritt ja wow ah dritts gar kaum verspätet ok Videosequenz mach sie kalt ah fuck it was ist das für ein Penner der hier lebt noch ähm der Anzug sieht aber crazy aus ey haha danke haha mein doch nicht deinen ach ach du warte Videosequenz warte Videosequenz what the fuck was wollen sie von mir als Teil des Markertestprogramms haben sie geholfen sie zu machen und heute isaac werden sie Zeuge sein wenn ich sie freisetze nein nein sie bringen alle um bobi der Tod ist nur der Anfang isaac die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu dass sie oder jemand anderes das aufhält augen geradeaus isaac passen sie gut auf was was ist mit dir scheiße der hat den Marker gesprengt oh das gibt nen zerstörer oh scheiße jetzt werden sie Teil des Wiedergeburtzyklus du wahnsinniger ah oh fuck it das war knapp ja aber so kann man sich auch retten ne scheiße alter ii lauter fliegen na wie geht's dir denn so erst mal gleich medikett schmeißen da hab ich angeschlossen der penner ah scheiße ey fühl mich saumäßig beschissen ey perfekt komm hoch isaac ja warte ich bin schon da bei mir ist schwindelig ey boah erstmal klarkommen ah was ist da denn äh zombie außen bleiben außen bleiben haußen bleiben hab ich gesagt fack auf hier soll ich hau ab da hau ab hau ab hau ab hau ab hau ab ok nachladen ihr war mal zu nah ah mann ey scheiße hilf mir hilf mir Mal ganz nach links in eine Ecke. Dann können die nur von einer Seite angreifen. Okay. Der Kopf fällt nicht ab. Der Kopf fällt einfach nicht ab. Hau ab. Du musst die Gliedmaßen abtrennen. Was mach ich denn da? Nein, kommt einer. Hält dir das für den auf. Was? Hier kommt er noch. Ach so. Ja, du siehst das nicht, ey. Da kommt noch einer. Guck noch. Geh mir aus der Schussrichtung, du Löffel. Der ist doch weg. Jawohl. Ich kann dich nicht schützen, wenn du mir vor der Linse rum eierst. Komische Gehirngrätsche, ey. Ja, warum? Wir müssen mal einsammeln. Gibt's geiles, ey? Ich möchte ein bisschen die Munde. Jo, dann bringen wir mal einer mit. Ich setze mich mal eben hier um. Ich möchte ein bisschen zoomen. Da gibt's so hunderte. Boah, guck dir mal, was die hier umgebracht haben, die Schweine, Alter. Wie die ganzen Haufen Leichen hier, ey. Die haben alle aufgehalten, wie sie uns gefunden haben, wie so schaut. Gibt's hier irgendwas? Gibt's da was? Warte, ich komm auch mal. Nee, da ist verriegelt. So, warte. Erstmal Energy schmeißen. So, jetzt geht's mir auch schon wieder viel besser. Mal nachladen. Muni? Boah, ich hab einen Haufen Muni, muss ich schon sagen. Huhu. Oh, hier ist ein Kasten. Oh, Stase. Okay. Hey, oh. Wann haben wir einen Haufen Muni? Alter, die im Wald fehlen. Ah, komm mal. Okay. Gibt's hier was? Keine? Keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. Partner, Partner. Oha. Rotes Labor, Alter. War das ein Puff hier? Hier, Alter. Alter, was, wo? Ich hab da was gehört. Ja, da drüben. Geh, fach. Da bin ich. So, da will ich sterben. Okay, da drinnen gibt's einen Haufen Sachen, hab ich gesehen. Ja, ich geh nehm. Das ist mal das da. Okay. Oh, Medi-Pack. So, da auch. Nochmal. Alter, das sind nur Medi-Packs. Geil. Hier auch schon wieder. Medi-Pack und einmal Muni-Ziode. Oh, geil. Okay, ey. Ich fliege mal fucking rücken rum. Ah. Wie ist der Rücken? Ja, bleib rücken. Bleib rücken. Soll ich mir helfen? Okay. Also, das ist ja überledigt. Ja, ja. Ich lass mir sowas ja auch nicht ganz immer von der Wurstpelle nehmen, ey. Hier gibt's, glaub ich, weiter. Hier ist noch Munizierung gewesen. Da lachen wir was rum. Weiß nicht, ob du das eingesammelt hattest? Äh. Ist da was? Ja, da drin war was. Oh, Munizierung, oder? Da ist auch was. Warte, ich komm, ich bin schon da. Oh, Madi-Pack. Ey, brauchst du noch einen Gaming-Stuhl? Hier stehen vier, fünf Stück rum. Nee. Lass uns weiterziehen. Ja, alles klar. Jetzt aber raus hier. Lift. Oh. Gibt's hier Werbung wieder? Was ist denn das? Kauver, was zum Henker geht da unten ab? Rennig hat das Rettungsteam umgebracht. Scheiße. Ich komm mit der Jodoro rein. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Was ist mit den Zügen an der Washington Station? Wir können mit einem rausfahren. Und wie sollen wir das machen? Finden Sie's raus. Wir sehen uns dann bei den Schienen. Dreadgear Corporations. 1,27,30, 6,3,4,5. Kepler verspätet. Aha. Warte, ich warte, das heißt. Da geht's raus. Wenn du sagst, dann gibt's irgendetwas. Ja, hier sind zwei Kisten. Midi-Pack. Mitteilung an die Gläubigen. Als der schwarze Marker vor langer, langer Zeit auf der Erde entdeckt wurde, hielt die Regierung alle Nachweise über ihn vor uns geheim. Und als unser Prophet Michael Altmann die Stimme gegen ihn erhob, äh, gegen sie erhob, wurde er zum Schweigen gebracht. Also quasi Kopfhabe oder so. Ähm, Earthgo, wie heißt das, Earthgo, setzt diese Vermächtnis nun fort. Sie manipuliert die Marker erstellen, als Teil ihrer geheimen Forschungsprogramme Blasphermische Kopien. Okay. Blasphermische? Okay. Was sind das für Wörter? Sie haben unsere heiligen Reliquie in eine Krankheit verwandelt. Hey, das hört sich aber nicht gut an. Aber die Natur hat Mittel und Wege, sich selbst zu korrigieren. Indem wir den Marker befreien, können wir diesen Kreislauf des Todes beenden und den Kreislauf der Wiederbehurt einleiten. Hört sich gut an. Ja, interessant, ohne Scheiß. So, kommst du hier rüber, dann können wir weiter, aber pass auf, jetzt hinter dem Tresen sind zwei Kisten. Genau. Noch was? Ja, da, wo du jetzt stehst, war aber eine. Wenn du nicht mehr... Ähm, mal auflegen, irgendjemand holt mich an. Okay. Ach, scheiße. Ich hab das, glaube ich, jetzt noch leichtes Ding-Ding oder so was. Solltest du mal vielleicht noch... Gehst du mal vom Eingang weg, ich komme ja gar nicht rein, ey. Okay, jede Menge Spielzeug, ich fühle mich wie eine Herrenabteilung. Oh, fuck. Ich glaube, ich muss mal... Wir müssen einen Cut machen, kurz. Er ruft mich denn jetzt an. So. Oli wahrscheinlich. Hallo? Hallo? Nein. Ich glaube, ich glaube, ich musste die Kesselers biten.